Und wir drehen mal hier eine Runde, 1 Euro Einsatz, die 10, na ernst, große Klasse und so gleich mit einer Verlängerung. Noch einer, ei, 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 ei. Ah, wenigstens ein vollbild. Ah, wenigstens ein vollbild. Und die Nummer 30. Zubau 75, na ja, besser wie nix. Und auf den letzten Dreher kommt noch mal Freispiel rein. Ein Klon-Bonus, Sternchen, sehr schön. Ah, den vollpacken, das würde zünden. Oh, knapp daneben. Kein vollbild, schade. Und es wurde sich mal wieder gewünscht. Los geht's. Schauen wir mal rein. Ah, bis hier mal Freispiele kommen, das dauert immer so ewig. Glorik. Schlag. 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 Geizkranken. 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 eine chance haben wir noch sieht auch nicht besser aus na gut soviel dazu und wir drehen mal hier noch eine runde, mal gucken ob wir noch eine runde freischwind kriegen hier so 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 oh so 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 Mal los. Das war's für heute. Das ist ja langsamer reinpacken. Alles nur so ein Kleckerkram hier. Ja, sind sie. Sehr schön. Oh, mit der Zehen kommt er um die Ecke hier. Ja. 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 Sahle Aufstieg hat man recht bezahlt. Zarte $58. Na Wahnsinn. Okay, so viel dazu. Und wir gucken mal ob hier irgendetwas hüpft. Los geht's! Dweissig! Makes sense! Wo war los? 300 Räder! Schafft doch nicht! Auch weg! Oh, schau doch mal rein hier! So ein Kasten! Jetzt wird er knapp hier! Zwölf! Tja, das war wohl ne richtige Luftnummer hier! Und dann gibt's hier mal 10 Fräschspiele! Ja! 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 Und hier kommen mal 10 Fräschspiele rein! Das war's. Dann bleibt's bei 64. Und heute drehen wir mal wieder hier eine Runde. Das reicht noch lange nicht. Das reicht noch lange nicht. Das reicht noch lange nicht. So viel Lust scheint er hier nicht zu haben. Schauen wir mal eine Runde weiter.